Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zu einem weiteren Giveaway hier auf meinem bescheidenen Kanal. Es geht hier zum ersten um die AWP Warm God Factory New, meine Damen und Herren. Hier, schaut mal, Factory New, ja. Ein richtig schickes Teil, sieht echt edel aus. Ich weiß, die Warm God gefällt ziemlich vielen von euch. Von daher müsst ihr auf jeden Fall zugreifen. Es gibt natürlich noch eine zweite Waffe, die ich verschenke. Und zwar gibt es noch die Galil AR Stone Cold. Schaut sie euch an, ja. Ist die, was ist die, ist die etwa? Die ist viel testet, sieht aber ziemlich Factory New aus, oder? Na ja, die haue ich auch noch raus, ja, für den, für den zweiten Gewinner praktisch. Und es gibt sogar noch eine dritte Waffe, Leute. Haltet euch fest, wartet kurz. Die MP7 Empire, die kloppen wir auch noch richtig brutal raus. Ich weiß, so einen habe ich schon mal rausgeschlagen und die ging ganz gut weg. Minimalware, die sieht auch sehr schick aus. Ist auf jeden Fall auch was für die Frau mit diesen ganzen Figürchen drauf. Ist eher was Süßes, aber auch für den Mann, ja, weil es Geister sind. Ist schon so ein Zwischending, kann man nix sagen. Oh, super. Ach komm, dann gibt es noch für euch den R8 Revolver Crimson Web. Der ist zwar schon ein bisschen abgefuckt, also der ist mir schon oft runtergefallen, aber es ist ein super Gerät. Und was soll der Geiz? Dann hauen wir noch eine CZ 75 Autopole Position raus. Die sieht nochmal richtig edel aus, oder? Da können die Feinde auf jeden Fall, ja, die weiße Flagge schwenken, denn damit geht's rund. Ich sag mal so, es geht rund. Kommen wir nun zur Bedingung, wie ihr mitmachen könnt. Das ist ganz einfach. Ihr schreibt hier unter das Video, das Wetter war heute schön. Und dann irgendwas, ist egal, was ihr schreiben wollt, wie euer Tag war, was ihr, ob ihr gerne Wurst esst oder sowas. Oder ob ihr gerne eure Wurst. Oder warum ich so schön bin, warum ihr so schön seid. So Zeug könnt ihr da einfach nochmal hinten dran klatschen, ja. Also ich schreib gerne mit euch hin und her. Aber es ist wichtig, dass dieses erste Teilstück stimmt, was ich gerade eben gesagt habe. Ich hab's später vergessen, aber ich hab's dem Video ja gesagt, ihr könnt's zurückspulen. Das muss vorne stehen, was ich vorhin gesagt hab. Vor eurem Kommentar muss das stehen. So sehe ich nämlich, ah, der macht mit, der macht mit, der macht mit. Und der kommentiert einfach nur, macht aber gar nicht mit, versteht ihr? Und so können wir auch alle, die raussortieren, die sich gar nicht das Video anschauen, sondern nur schreiben, ich will mich auch oder so. Verstehst du? Sehr schön. Ja, es gibt diese, ich glaube es waren fünf Waffen, gibt es für euch. Ihr habt 14 Tage Zeit, pimmelt einfach ordentlich rein. Ich wünsche euch viel Glück. Daumen nach oben für diese Chance, auf jeden Fall. Denn ich bin ein generöser Mensch. Denn ich habe Konere. Ich bin generous. Ich bin generous. Ich bin sehr großzügig. 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 Vielen Dank.